Die Ukraine hat begonnen, eine neue Waffe namens Drohnenkiller zu testen, die mit modernster Technologie ausgestattet ist und in der Lage ist, Putins Kamikaze-Drohnen mithilfe elektronischer Wellen abzuschießen. Ihre Fähigkeit, russische Flugziele in einer beeindruckenden Entfernung von drei Kilometern zu treffen, könnte die neuen defensiven Waffen Quertus ADKVSG-6 zu einem wertvollen Vorteil für die Ukraine machen. Die Antidrohnenwaffe wurde von Quertus speziell mit dem Ziel entwickelt und hergestellt, Kamikaze-Drohnen abzuschießen. Dies ist eine Art Antwort auf die intensiven Angriffe Russlands auf ukrainische Städte mit Kamikaze-Drohnen. Die neue Waffe funktioniert ähnlich wie eine gewöhnliche Waffe, da die Person, die die Waffe kontrolliert, nach dem Erkennen einer Drohne am Himmel abfeuern kann, und mit einem einfachen Knopfdruck ist die Waffe einsatzbereit. Die Langstreckenwaffe ist dank der verstärkten Zielvorrichtungen und Antennen in der Lage, Drohnen in mehreren Kilometern Entfernung zu erreichen. Sie wiegt nur sieben Kilogramm und hat eine Leistung von 100 Watt. Sie kann Funksignale verwenden, um die Kontrolle über die russische Drohne zu unterbrechen, bevor sie aus der Ferne deaktiviert wird und abstürzt. Laut Berichten kostet eine solche Waffe mehr als 10.000 Dollar, und bisher wurden 80 dieser Waffen produziert.